Wie plant man eigentlich eine Anlage? Welche betrieblichen Abläufe sind uns wichtig? Wie gehen wir an solch ein Thema ohne konkrete Ideen überhaupt ran? Und warum ist eine Vorort Besichtigung überhaupt wichtig? In dieser vierteiligen Serie zeigen wir euch, wie wir ein Vorbild ins Modell bringen. Das ist unser 500, 1000 oder 1500 Abonnenten-Special, das Modellbahnplanungslabor. Wir sind wieder zurück in unserem Modellbahnplanungslabor. Wir haben uns jetzt die Strecke in Schaftlach, Tegernsee und die Rosbergbahn von Rosberg nach Bad Wurzach angeschaut. Kommen wir zum Grande-Final dieser vierteiligen Serie. Und was wir jetzt eigentlich machen? Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich glaube, wir sind entschieden und unentschieden, oder? Wir sind entschieden und unentschieden. Wollen wir eine Pro- und Contra-Liste machen? Ja, weiß ich nicht. Ich habe einen Favoriten, aber ich will erst mal schauen, was du sagst. Also habe ich ja schon auch im Tegernsee-Video angedeutet, wenn Tegernsee waren, dann würde ich jetzt sagen bis Gmund. Weil dann hat man schon die Möglichkeit auch den See zu machen und man versetzt einfach das, was jetzt im Tegernsee steht, nach Gmund. Man macht also Betriebszustand vor Epoche 1 ist es halt dann zwangsweise. Also für dich ist halt da nicht so viel Güterrangieren dabei. Das ist natürlich bei Schaftlach, Bad Wurzach, äh, Rosberg, Bad Wurzach deutlich attraktiver. Aber ich glaube, dass, um das schön umzusetzen, sprengt das auch den Rahmen von so einer Anlage. Findest du? Naja, wenn wir jetzt sagen mit dem ganzen Industriegebiet. Was ist denn deine Meinung, Liebster Flo? Also vorab bemerkenswert finde ich, dass es eigentlich egal ist, welche Anlage, also welche Strecken wir nehmen, wir die Möglichkeit haben, vorbildgerechte Fahrzeuge, also spezifisch, die auf dieser Bahn gefahren sind, im Modell schon zu kaufen. Nämlich lustigerweise liegt hier Nummer 1 für die Rosbergbahn, beziehungsweise, also ich habe hier die Wagen der Allgäun-Zoller Bahn, die jetzt von Trinimix auf den Markt gekommen sind, in der Hand. Die sind ja auf der Strecke gefahren Isni-Herbertingen, also quasi das, wo nicht auf der Rosbergbahn direkt selber, aber mit dem Bahnhof. Und unabhängig jetzt davon, klar, wir planen das vom Maßstab in Spur N, aber wenn man jetzt sagt, man möchte das irgendwie adaptieren auf Z oder H0, gibt es diese Wagen auch von Märklin in Z, vom Miniclub und auch natürlich in H0, da gab es die nämlich von Rocco. Genauso ist es bei der Tegernseebahn, auch da gibt es allermögliches Fahrzeugmaterial, auf das man schöpfen kann. Auch von Rocco? Also die in N, die blauen? Die gab es, das war das einzige, was es leider in N nicht gab. Doch. Nein, die gab es mal umlackiert, ja. Aber serienmäßig, also es gab die Vierachser von der Tegernseebahn von Rocco. Eben. Achso, ich dachte, du meinst die Dreiachser. Ich war gerade bei den Dreiachser. Ja, stimmt. Die Vierachser gab es, genau. Es gab mal ein Startset von Trinimix mit der G1203 und den zwei BMs. Und die V65 gab es von Arnold. Und von Hylian gab es die V65 H0. Ich weiß nicht, weil die habe ich für die Firma. Genau, alles eigentlich ein Wagenportfolio von Märklin in Miniclub und also das ist unabhängig. Aber ich finde es sehr gut, dass wir für beide Bahnen einfach schon mal die Fahrzeuge kaufen können. Deswegen aber, weil es ja dieses Fahrzeugportfolio für die Tegernseebahn gibt, finde ich eigentlich den Ansatz nicht so gut zu sagen, wir bauen die Strecke bis Gemünd in Epoche 1, weil dann kann man die ganzen beliebten Fahrzeuge eigentlich gar nicht mehr fahren lassen. Ja, aber was ist jetzt dein Favorit eigentlich? Eher Rosberg oder eher Tegernsee? Ganz ehrlich, ich war eigentlich immer bei der Rosbergbahn, bei der Güterverkehrindustrie, aber ich bin irgendwie bei der Tegernseebahn. Hat es dir so gut gefallen? Es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde dieses Prinzip mit dem See, was man andeuten kann, worum man eigentlich so ein bisschen fährt, also es ist egal, welche Bahnstrecke wir nehmen, es schwebt eigentlich so ein Ufo, also auf dem einen Schenkel ist quasi dann der Bahnhof, wo die Strichstrecke abgeht und die wendelt sich dann, oder windelt sich, ne? Die windelt sich, genau um den Anlagenschenkel und da kann man dann eigentlich auch echt schön den See mit andeuten. Ja, aber dann, gut, man muss jetzt nicht sagen, es geht nur bis Mund, dann ignoriert man halt Mund. Genau, aber dann würde ich es halt ganz oder gar nicht machen. Bei Tegernsee hat halt auch noch den Vorteil, den Bahnhof Tegernsee, den gibt es ja sogar als Modell. Sach bloß! Sach bloß, ne? Sag ich mir nochmal von wem, aber das wusste ich nämlich gar nicht. Echt? Also ich habe es mal gehört, aber ich habe... Vom Ostwald. Ah, echt? Ja. Und dann gibt es den ja auch in ZNH0. Dann muss jemand nur noch Schaftlach machen. Wer könnte das wohl machen? Wer könnte wohl einen Lasercut-Bausatz machen? Wer könnte wohl sowas machen? Wer könnte wohl einen Lasercut-Bausatz machen? Okay, gut. Also bist du jetzt vom bayerischen Voralpenland überzeugt. Ja, also das ist nicht wirklich stringent mit dem, was wir hier auf der Liste haben. Naja, gut, wenn Bayern ein kleines Dörfchen... Ja, Tegernsee ist das ein kleines Dörfchen. Aber wir können da eigentlich rangieren. Also Güterverkehr können wir eigentlich schon mal ausschließen. Hier hast du vielleicht mal einen Postwagen, einen G-Wagen, den du da eben einen Güterschuppen da dann abstellen kannst. Aber richtig rangieren kannst du vielleicht nicht. Du hast auch einen BW. Aber es ist alles so verschnörkelt, rammontisch, sage ich immer. Also eigentlich, ich bin bei der Tegernsee-Bahn. Okay. Ja, also hat man vielleicht in der ersten Folge auch schon gemerkt, dass der Schaftlach hat mich schon auch ziemlich angetörnt. Allein wenn... Das habe ich ehrlich gesagt wirklich gar nicht verstanden. Jetzt wo wir uns so anguckt haben, habe ich es wirklich nicht verstanden. Das ist das mich antörnt. Ja, nee, das ist... Ich fand es da relativ... Nein, nein, nein. Für mich... Schaftlach, Tegernsee, also die Strecke, die hatten ich am meisten... Der Bahnhof Schaftlach jetzt nicht. Am Bahnhof Schaftlach war halt einfach... fand ich sehr sexy, wo wir jetzt auch da waren. Um es nicht zu sagen, ich fand es spannend, wie da die Zugteilungen und sowas, das alles so schön flüssig und reibungslos. Da kommen aus zwei Richtungen vier Züge, die werden zusammengekoppelt und fahren hier aber weiter. Und andersrum ist noch spannender, die fahren ja quasi gleichzeitig in alle Richtungen wieder weg. Ich glaube auch gerade, was du gesagt hast mit diesem Kurswagen, das ist auch eine schöne Sache im Modell. Das kann man super nachstellen. Genau, also gerade die ganzen Personenzüge der Tegernsee Bahn, wo sie damals auch umgestellt haben und die Umlaufjax immer weiter rausgeflogen sind, da sind ja auch das München gefahren, den ganzen Wagentag, der war auch immer bunt. Und ja, bei der Rossbergbahn müssten wir eigentlich von der Zeit lange zurückgehen, damit man da nochmal wirklich den Personenbetrieb zeigen kann im Modell. Wäre dann halt wieder eher so eine Epochen-Drei-Anlage. Da ist halt nichts. Also ich finde den Bahnhof Rossberg geil. Der hat eine schöne Form an sich, gerade auch mit der Ausfahrt, mit dem Anschluss. Aber auch wenn du das stringent durchziehst, also 1978 haben wir ja den Gleisbahn von Rossberg gehabt, da gab es diesen Gleisanschluss von Kieswerk noch gar nicht. Da in dem Zeitraum ist aber eigentlich auch der Personenverkehr schon wieder eingestellt worden. Also du limitierst dich da, wenn du es ganz stringent durchziehen willst, eigentlich auch wieder in den Mitgliedern möglich sein. Okay, das heißt, wir planen eine U mit der Tegernseebahn. Machen wir das? Wir planen die Tegernseebahn. Da bin ich dabei. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir das Thema an? Wir haben uns entschieden. Das ist schon mal viel wert. Das ist viel wert. Das heißt, wir können jetzt hier das ganze Zeug nicht wegtun. Nein, das lassen wir jetzt einfach da. Das ist jetzt ein Andenken. Jetzt ist ja die Frage, also was wir natürlich nicht machen können, ist diese ganzen... Du willst wahrscheinlich, nehme ich mal an, in den 80ern ungefähr, weil da war es noch schön bunt. Da war an der Strecke an sich, hat er sich nicht viel verändert. Genau, dass ich jetzt unbedingt ein Kind, also ein Fan der 80er bin, ein Kind der 80er, wehe ja nicht, Gott sei Dank. Ich schon. Ja, ich wollte es jetzt nicht so genau gesagt haben. Das ist, wie man so schön sagen, kein Geheimnis und auch angemessen an den Fahrzeugmaterialien, die du da kaufen kannst, macht es glaube ich nur Sinn. Auch früher mit der Dampflok, ich weiß glaube es ein D-Kuppler, ein C-Kuppler war. Und den alten 3-Achsern, die es gab, 2-Achsern und auch spannend. Aber du kannst nichts fertig kaufen, um das da halt einzusetzen. Wieso? Du kannst es... Wir haben ja auch hier tatsächlich Bilder, hängen die hier, Silberlinge? Ja, genau. Aber das ist ja, guck mal, da ist schon der Himbeer-Keks drauf. Also das heißt, da sind wir wieder an den Ende der 80er, Anfang der 90er. Das ist genau das Gleiche. Da steht die G1203. Ähm, ja. Ja gut, den Integral, den kannst du kaufen. Den gab es mal von Hödl. Oh, in N? Ja. Bausatz? Ne, als Fertigmodell. Okay. Aber ist halt die Frage, ob man den will. Weißt du, wie der eigentlich in echt ausschaut? Da steht er doch. Ja, genau. Du kennst den gut. Ich kenne Videos und jetzt auch die Geschichten zum Enteckern. Zum Anschieben. Anschieben. Genau. Also wenn wir jetzt die Tegernseebahn machen, dann ist ja eigentlich ganz klar, wir können diese Zwischenhalte nicht machen, die heute eh zum Teil gar nicht mehr bedient werden. Sonst geht sich das ja vom Platz nicht aus. Das wird ziemlich eng. Genau. Also im Endeffekt, wir können vielleicht einen Haltepunkt dazwischen setzen. Dunkelberg. Wie hieß das? Natürlich hieß es Dunkelberg. Nein, es hieß nicht Dunkelberg. Wie hieß denn das? Ich habe keine Ahnung, wie das hieß. Du hast es vorbereitet. Frankennacht. Ja, ich weiß es nicht mehr. Frankennacht und Dunkelberg. Nein, so hieß es nicht. Wie hieß irgendwas? Hieß der eine Haltepunkt und der andere hieß Frankenwald. Frankenwald. Natürlich. Der Wald von Frank. Frankenwald. Also was ganz klar ist, wir können natürlich nicht die ganze Strecke nachbauen, wenn wir jetzt die Tegernseebahn machen. Also wir müssen uns eigentlich ja auf Schaftlach Tegernsee beschränken. Eventuell könnte man noch Frankenberg oder irgendeinen von diesen Haltepunkten dazwischen setzen. Aber ich finde, das wird jetzt auch schon eng. Auf der anderen Seite finde ich deine Idee ganz gut, wenn man sagt, man hat so ein U, man hat Schaftlach, dann kann man hier einen kleinen Haltepunkt setzen. Oder du setzt Mund dahin. Da muss man halt gucken. Ich meine, groß war der Bahnhof jetzt auch nicht. Passt mit der einen Ausfahrt Richtung Tegernsee, die relativ enge Bogen ist, auch gut rein. Das ist ja eigentlich nur eine Kreuzungsmöglichkeit seit einigen Jahren. Ja, also seit 100 Jahren. Ja, irgendwann war ja mal ein BW. Ja, bis 1904. Ja, 1904. Genau. Das stimmt gar nicht. In den 40er Jahren war da auch noch tatsächlich was, aber es war halt nicht mehr im Betrieb. Also der Gleisplan aus den 40er Jahren zeigt auch im Mund noch. Ich glaube, das ergibt sich so ein bisschen bei der Planung selber, ob da jetzt Platz ist noch für einen Bahnhof, einen Halterpunkt oder halt für keinen von beiden. Im Endeffekt ist das jetzt keine klassische Anlage, die wir planen. Also wir planen ja jetzt nur einen Pendelzug. Ja, nee. Also du hast also ja, du hast die Stichstrecke, aber von Bahnhof Schaftlach gehen ja auch noch in andere beiden Richtungen jeweils ein Gleis ab. Also du kannst ja schon gucken, dass du ein Hundeknochen machst mit einer vielleicht einer Paradestrecke, die sich irgendwo noch mal zeigt. Also das ist ja der Anspruch. Das ist ja der Anspruch. Also wir möchten ja jetzt einen Gleisplan entwickeln. Wir gehen ja schon relativ frei ran, weil wir keine großen Maße uns vorgeben haben. Also die Anlage wird jetzt halt so groß, wie wir halt merken, wir brauchen den Platz, um was Gescheites zu machen. Klar sollte das irgendwie immer noch im Rahmen einer Kompaktanlage stattfinden, aber du möchtest ja schon irgendwie einen Wagenpark mit drei, vier Personenwagen in den Bahnhof rankregen. Aber dann sollte eigentlich von Schaftlach aus einfach wirklich einen Kreis irgendwie stattfinden, Hundeknochen, was auch immer, dass man, wie wir das jetzt in Teil 3 gesehen haben, auch mit einer Parallelausfahrt zum Beispiel aus Bahnhof Schaftlach ausfahren kann. Das bietet sich ja eigentlich auch wunderbar an, Schaftlach, weil das ist ja eh so dicht bewaldet, das kann man ja irgendwo im Wald verschwinden lassen. Genau. Und außerdem hast du ja auch da dann den Güterverkehr, den du fahren lassen kannst. Ja, vorbei entzieht an sich. Genau. Hast du dann eigentlich so zwei Schwungkreise eventuell? Den einen, dann Bahnhof Schaftlach mit den beiden Ausfahrten, eine Richtung München, die andere Richtung, genau. Lenggries. Lenggries. Ja, wo ganz viel Güter hin transportiert werden. Wir kennen das nicht, die Lenggrieser Möbelwerke. Grieswerke natürlich. Die Grieswerke. Da kommt ja nämlich das Lenggries. Ja. Und da fällt einfach mal so ein Kreis und dann auf der Stichstrecke kann man halt stichen, rangieren, umsetzen. Ja. Also rangieren tust du ja auch, indem du umsetzt. Dann müssen wir, also das sind wir ja sowieso eher in deiner Zeit oder halt auch von mir aus in den 90ern mit dem Himbeerkeks oder so, weil mit diesen ganzen Flirts, Linz, Integralzügen, umsetzen ist da ja nicht mehr so viel. Ja gut. Wie du schön gesagt hast, es hat sich relativ wenig in den letzten Jahren, Jahrzehnten an der Strecke geändert. Also klar, wir planen das jetzt. Was man, wenn man das bauen sollte, da drauf fahren lässt, das ist dann demjenigen überlassen. Das, was einem wieder gefällt. Gut. Das heißt, ich setze mich jetzt irgendwie an dieses Thema ran, versuche die Bahnhöfe, die Gleispläne, die wir haben, in ein Modell umzusetzen und überlege mir dann, wie das Ganze ausschauen kann. So, kommen wir also zum Gleisplan, beziehungsweise zu der Erstellung. Ich habe mich jetzt einmal zurückgezogen zu mir nach Hause und setze mich jetzt in den Rechner und gucke, wie wir die ganzen Themen und Eindrücke, die wir jetzt am Tegernsee direkt sammeln konnten, einfach mal umsetzen können. Start ist eigentlich ganz einfach, denn ich habe mir erstmal die Gleispläne, die wir ja schon in der Recherche herausgefunden haben, ausgedruckt. Einmal Bahnhof Schaftlach, Tegernsee und, ähm, gemunt habe ich vorsichthalber mir auch mal rausgelassen. Ich befürchte, aber erfahrungsgemäß wird das ein bisschen zu viel, dann fährt man quasi vom Bahnhof in den Bahnhof in den Bahnhof. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie starte ich eigentlich? Ähm, grundsätzlich, wenn man so ein Projekt hat, ganz einfach, weil wir haben die Gleispläne, und wir fangen erstmal strikt an, das nachzubauen. Das heißt, ich habe also eine Weichenstraße und die versuche ich jetzt, also wir arbeiten in Windweg, in Windweg einmal nachzubauen und, ähm, gucke dann alles so, wie es ein bisschen passt. Die Gleislänge, also ich meine, man muss immer ein bisschen Kompromisse eingehen, einen Bahnhof 1 zu 1, beziehungsweise einen kompletten Maßstab 1 zu 1 und 160 nachzubauen. Würde in der Länge wahrscheinlich das immer ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, wir werden ein paar Kompromisse eingehen müssen, weil ich ja schon versuche, wir schon versuchen, dass die Anlage ein bisschen kompakter ist. Ich schätze mal, da werden wir eh nicht ganz im Grunde kommen, also sie wird ein bisschen größere Maße haben, ähm, weil man natürlich ein bisschen Zuglänge unterkriegen wollen auch. Also, als Maß dienten wir eigentlich immer so einen Standard-N-Wagen, war viel auf der Tegernseebahn unterwegs, genauso wie die PMs, ähm, mit 17 cm. Das rechne ich dann hoch, ich sag mal so, drei Wagen hätte ich schon ganz gerne in einem Bahnsteig plus Lok, plus noch so ein bisschen Abstand zu einem Signal, sind wir so around about bei 60 cm, die man auf jeden Fall Bahnsteiglänge einplanen sollte. Klar, Güterzüge sind dann nochmal ein bisschen länger, deswegen sollte man vielleicht auch gucken, wenn es Gütergleise gibt, wie zum Beispiel in der Abstellgleise im Bahnhof Schachtlach, dass man die auch nochmal ein bisschen länger ziehen könnte. Wie gesagt, alles könnte, man muss immer ein bisschen aufpassen, wo man da hinkommt. Wir sind natürlich in dem Projekt ein bisschen frei unterwegs, dadurch, dass wir eigentlich keine Maße haben, Raummaße oder sowas, die wir uns halten müssen. Das ist natürlich ein Vorteil für uns. Äh, wie gesagt, es soll aber nicht den Arm sprengen. Zum Thema Gleis, ähm, ich glaube, es hat sich schon öfter mal durchgerungen. Ich bin großer Verfechter von Peco Code 55. In der Tat werden wir jetzt einen technischen Gleisplan machen, ähm, bei dem Code 55 aber eigentlich gar keinen Sinn macht, das zu planen. Einfach aus dem Grund, Code 55, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, es gibt nur Weichen- und Flexgleise. Das heißt, wir haben gar keine Gleisgeometrie und man kann sowieso eigentlich machen, was man möchte. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wir werden mit einem Formgleisplan, wir werden einmal einen technischen und einmal einen atmosphärischen Gleisplan haben. Und den technischen werden wir jetzt, Überraschung, äh, Daniels Wunsch war Tomix. Wir werden den mit Tomix-Gleisen planen. Ähm, ist von der Gleisgeometrie alles immer so ein bisschen adaptierbar. Man kann dann auch Fleischmann nehmen, man kann Minitricks nehmen, Kato, äh, das Fleischmann ohne Bettung, ehemaliges Rocco, äh, da ist man komplett frei. Aber wir haben halt gesagt, gut, ähm, wir machen jetzt was mit einem Formgleis. Macht's vielleicht für den Nachbau, wenn irgendjemand sich mal erwärmen sollte und sagt, er möchte die Anlage bauen, macht's dann auch ein bisschen einfacher. Also, fangen wir an und bauen quasi die Bahnhöfe einmal nach. Ich beginne einfach immer mit einer Weichenstraße. Beginnen wir jetzt einfach mal mit Bahnhof Schaftlach, auch der größte Bahnhof in der Tat. Ähm, ja, fahren auf der linken Seite an und ziehen das jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Und dann können wir jetzt einfach mal mit Bahnhof Schaftlach. So, die beiden Bahnhüfe sind jetzt einmal nachgebaut in Vintrack. Wir haben ja immer schon mal so ein bisschen durchsickern lassen. Wir können uns ein U ganz gut vorstellen. Einfach auch aus dem Grund, man hat den Bahnhof Schaftler auf der einen Seite, den Tegernsee Bahnhof auf der anderen Seite, um einfach diese Stichstrecke auch ein bisschen Raum geben zu können, aber das auch räumlich ein bisschen abtrennen zu können. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die beiden Bahnhöfe nochmal gedreht, um 90 Grad jeweils. Und genau, Bahnhof Schaftler auf die linke Seite gesetzt und Bahnhof Tegernsee auf die rechte Seite. Und jetzt geht es eigentlich darum, irgendwie zu gucken, gut, streckentechnisch, was für Verläufe haben wir? Beziehungsweise, was möchte ich dann irgendwie haben? Wichtig ist mir eigentlich immer, dass, also wir haben jetzt beide Bahnhöfe im 90 Grad Winkel, wichtig ist mir immer, dass man gucken, dass man die Bahnhofsanlage oder das Gleis an sich ein bisschen asynchron zur Anlagenkante baut, dass man das so ein bisschen aufbricht. Mal funktioniert es, mal funktioniert es auch nicht. Gebt uns aber zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir setzen Bahnhof Schaftlach einfach ein bisschen in einem anderen Winkel, uns den Raum, die südliche Ausfahrt, ein bisschen in einem Bogen anders zu gestalten. So, also Bahnhof Schaftlach ist jetzt einmal, ich glaube um gerade 10 Grad, einmal ein bisschen geneigt. Und jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, wir gehen südlich raus mit einem Gleisbogen, der dann irgendwo in einem Tunnel zum Beispiel verschwinden wird. Haben wir also jetzt Bahnhof Schaftlach einmal in den Bogen eingefügt im südlichen Teil und da soll die Strecke dann einfach in den Untergrund verschwinden. Logischerweise macht es Sinn, hier über einen Schattenbahnhof nachzudenken, der wird auf jeden Fall irgendwo eingeplant. Ich würde jetzt allerdings in der Tat erstmal anfangen mit dem sichtbaren Bereich, also wo kommen wir jetzt quasi vom Bahnhof Schaftlach in was für einem Ausmaß und was für einen Gleisbögen zum Bahnhof Tegernsee. Weil wir ja vor Ort gesehen haben, wir haben relativ viele Gleisbögen, die aufeinandertreffen. Die Strecke ist eigentlich alles außergerade. Genau, und das versuchen wir jetzt in dem Teil irgendwie ein bisschen nachzubauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, etwas Arbeitszeit in Vintrack später steht. Wie geht der Gleisplan? Ich habe den auch schon mal Daniel nochmal zur Probe geschickt. Der hat gesagt, das geht in Ordnung. Genau, und jetzt gehen wir einfach mal durch. Warum, wie, was so gekommen ist, wie es jetzt auf dem Gleisbögen ist. Grundsätzlich kamen relativ viele Ideen, auch gerade so für Gleisbögen und sowas, schon vor Ort. Also es ist immer ganz gut, wenn man ein Vorbild hat, was man sich anguckt, was man nachbauen möchte. Dann hat man immer schon so ein paar Ideen, wo man sagt, okay, da ist jetzt der See relativ nah an der Strecke. Das möchte ich haben. Hier kreuzt jetzt zum Beispiel gerade die Bundesstraße, an der Bahnhofseinfahrt irgendwie die Strecke. Das möchte ich nachbauen. Das ist immer schon nicht verkehrt, wenn man halt solche Dinge irgendwie grob weiß. Das möchte ich integrieren und das dann später natürlich auch beim Gleisplan berücksichtigen kann. Grundsätzlich, wir haben zwei Anlagenschenkel, das ist natürlich ein U geworden. Und bevor ich die beiden Strecken, also die eigentliche Tegernsee gebaut habe oder geplant habe, ging es erstmal darum, genug Bewegungsfläche zwischen die beiden Anlagenschenkeln einzuplanen. Das habe ich jetzt mit einem Meter gemacht. Erfahrungsgemäß klappt das ganz gut. Gerade wenn zum Beispiel auch eine zweite Person irgendwie durchlaufen möchte, hat man da genug Fläche, um auch aneinander vorbeizukommen. Als Beispiel bei der Anlage bei uns daheim, Hagen-Elberfeld, sind es nur zwischen Anlage und Wand. Also die Anlage steht hier in der Mitte. Zwischen Anlage und Raumwand sind es, ich glaube, 70 Zentimeter. Das ist manchmal schon ein bisschen knackig. Deswegen lieber einen Meter einplanen, das funktioniert ganz gut. Genau. Und dann habe ich mir einfach diese Fläche in der Mitte, die man hier sehen kann, grob eingezeichnet. Einfach ein Quadrat reingeballert und die beiden Schenkel dann verbunden. Und dann ging es eigentlich daran, okay, wie kann das Ganze im Untergrund ausschauen? Und war ja klar, wir brauchen einen Schattenbahnhof, weil wir halt auch ein paar Züge speichern möchten. Mir ist dann aber relativ schnell in der allerersten Idee so aufgefallen, wie ich es verbunden habe. Ich möchte eigentlich noch eine Paradestricke haben für die Strecke, die von Schaftlach, also den Rundkurs, wie abgeht. Weil das eigentlich doch schade ist, wenn da zum Beispiel auch mal Güterzüge langfahren oder halt auch andere Personenzüge, die nichts mit der Tingenseebahn zu tun haben und die eigentlich aus dem Tunnel kommen und auch im Tunnel wieder direkt verschwinden. Deswegen habe ich jetzt gesagt, gut, das ist nicht ganz vorbildgerecht, aber da glaube ich überwiegt das Auge dann doch ein bisschen, weil es von der Komposition ganz gut passt, haben wir einmal eine Paradestricke, die überhalb der Tingenseebahn liegt und wo dann auch nochmal jeweils ein fahrender Zug beobachtet werden kann, der auf der Schaftlach-Rundstrecke unterwegs ist. Wir haben genug Steigungspotenzial, also genug Strecke eingeplant für Steigung und Gefälle. Das ist natürlich auch mal ein sehr schwieriges und heikles Thema, aber es sollte jetzt glaube ich von den Maßen ganz gut hinhauen. Natürlich im Schattenbereich sind die Strecken langweilig, also alles gerade, also ganz normale Bögen. Da muss es halt funktionieren und nicht unbedingt schick aussehen. Wir haben jetzt einen fünfgleisigen Schattenbahnhof geplant. Der jeweils so mit die um die 1,60, 1,70 Meter in Abstelllänge beinhaltet. Das heißt also, wir können hier auch mal einen schönen Zug speichern, der eigentlich eh schon länger sein könnte oder würde, als dann der jeweilige Bahnhof, was in dem Fall als Schaftlach wäre. Wichtig war mir vor allem noch zu sagen, wir haben den Schattenbahnhof direkt an der Vorderseite der Anlage. Also gehen wir das mal von aus, das Ding steht halt in einem Raum drinne. Möchte ich eigentlich immer, dass der Schattenbahnhof so ein Bereich ist, dass man gut rankommt. Manchmal packt man den auch nach hinten, weil es da einfach von den Gleisbögen und all sowas besser aufgeht. Ich bin immer ein Fan davon, wenn das alles nach vorne dran ist. Im Schattenbahnhof kann immer mal was stehen bleiben und wenn dann natürlich das ganz hinten ist und in die Anlage krabbeln muss, ist es einfach unschön. Deswegen direkt vorne dran und ich glaube, das funktioniert an sich ganz gut. Im Bahnhof Schaftlach in der südlichen Ausfahrt wäre jetzt noch die Möglichkeit, ein bisschen weiter zu denken. Also wir haben da jetzt aktuell ein Stumpfgleis, ein ganz normales Ausziehgleis und halt ein, ja auch ein Stumpfgleis, was glaube ich mit einer Ladestraße mal bedacht war. Da wäre jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, man geht irgendwie noch ein bisschen weiter, plant einen Industrieanschluss, macht das ein bisschen freier, das Thema. Da im Original da nie sowas gewesen ist, habe ich das jetzt einfach mal rausgelassen. Aber wenn man halt rückblickend sagt, okay, wir wollten eigentlich auch noch ein bisschen güterverkehrmäßig rangieren, könnte man da halt noch aktiv werden. Einfach sagen, gut, da kommt jetzt noch irgendwie eine Beiwahr hin oder halt auch wieder ein Kieswerk, irgendeine Schotterverladung, irgendein Tanklager. Da ist man ganz frei. Genau, also platztechnisch wäre die Möglichkeit da. Da es im Vorbild aber nicht vorgesehen war, werde ich da auch jetzt in diesem Gleisplan drauf verzichten. Witzigerweise muss ich sagen, habe ich gemerkt, Tomix ist eigentlich das einzige Gleis, womit ich irgendwie noch nie zu tun hatte. Also ich glaube, alle anderen Großserienhersteller Gleise hatte ich schon mal in der Hand, habe sie verbaut, habe mit was probiert, was auch immer. Deswegen war es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die schlauste Idee zu sagen, ich nehme das Tomix-Gleis. Weil ich von der Gleisgeometrie und gar keine Ahnung hatte und auch nicht wusste, okay, welche Gleisbögen passen jetzt zum Beispiel irgendwie in Weichenstraßen, was funktioniert da. Aber aufgrund der Funktion bei Windtrack-Aule, Gleise automatisch verbinden, hat sich das dann doch ganz gut herausgestellt, dass das funktionieren kann. Genau, und jetzt haben wir quasi einen technischen Gleisplan für das Tomix-Gleis. Wie gesagt, Peco Code 55 wäre mein Way to go, kann man da auch natürlich ganz einfach drauf anwenden und man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, Gleisbögen einfach ein bisschen anders und seichter zu gestalten. Jetzt kommt der atmosphäische Gleisplan, das heißt, das, was wir jetzt technisch haben, muss jetzt irgendwie nochmal ein bisschen aufgepeppt werden. Weil ich habe jetzt eine Vision vor Augen, wie das Ganze ausschauen könnte, wenn man es baut, ihr natürlich nicht. Das ist ganz normal und deswegen gucken wir jetzt, dass wir irgendwas machen, wo man erkennen kann, okay, da ist ein Straßenzug, da wäre jetzt der Tegernsee, da wäre der Berg, da wäre ein Hang, dass man das alles irgendwie nochmal in diesen Gleisbögen mit reinkriegt. So, anderer Tag und ich habe mir einige Gedanken gemacht. Also wir fangen jetzt an mit dem atmosphärischen Gleisplan. Eigentlich bin ich ehrlich, ich wollte alles zeichnen. Also richtig schön, wie Rolf Knipper zu seinen besten Zeiten, einfach alles schön gezeichnet, meine alten Sachen wieder rausholen. Problem ist einfach Zeit. Bin ich ehrlich, ich werde es motorisch und zeitlich gar nicht auf die Kette kriegen, das irgendwie in kürzester Zeit fertigzustellen. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wir machen das am Rechner. Irgendwie versuchen, ein bisschen in dem alten Style das schon zu machen. Der Vorteil ist einfach, ich kann am Rechner wahnsinnig viel Copy und Paste machen und gerade Gebäude, Baumgruppen und, und, und einfach immer wieder irgendwo x-beliebig einsetzen. Ob ich den jetzt komplett am Rechner mache oder sage, okay, ich mache nur die ganzen Linien und fange dann quasi später an, den Gleisplan auszukolorieren. Schon noch mit Stiften, so riecht das ein bisschen oldschool. Das werde ich dann sehen. Aber auf jeden Fall werden wir mit allem erstmal wieder weiter am Rechner machen. Und auch da habe ich mir viele Gedanken gemacht, mit welchem Programm mache ich es und wie möchte ich es machen. Ja, meine Wahl fehlt irgendwie so ein Zwischen- und Zwischen-Adobe-Programmen. Sei es jetzt ein Illustrator oder Photoshop oder ganz oldschool ein CorelDRAW. Da vielleicht die meisten Leute dann doch eher im Corel bewandt sind, dachte ich, ich gehe einfach da mal rein und probiere, was wir machen können. Beginnend mit den Gleisplanen. Also diese ganzen Gleise, die jetzt hier drin sind, werden einmal alle verschwinden und alle atmosphärisch, also quasi einfach nur als durchgängige Linien, ohne so viele Unterbrechungen nachgezeichnet. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Den Rest des Zeitraffers erspare ich euch jetzt einfach mal, nur damit ihr mal ein Gefühl kriegt, also der atmosphärische Gleisplan hat jetzt insgesamt um die 10 Stunden gebraucht. Ich könnte natürlich jetzt auch alles reinhauen an Zeitraffer, dann wären wir aber alleine bei 8000-Fahrer Geschwindigkeit, ich glaube immer noch bei 10 Minuten. Es sprengt ein bisschen den Rahmen, deswegen skippen wir das jetzt einfach und ich sage mal ganz kurz, wie wir da jetzt weitergemacht haben. Also ihr habt ja noch gesehen, wie wir den Gleisplan jetzt erstellt haben und dann ging es eigentlich weiter mit den Verkehrsflächen. Also wo kommt eine Straße hin? Ich war ganz viel bei Google Earth und Maps unterwegs, um zu gucken, okay, wie sind die Straßen eigentlich wirklich vor Ort. Das ist natürlich denn logisch, wenn man sagt, man hat einen Gleisplan, den man nachbauen möchte von einem Bahnhof, dann auch zum Beispiel einen Bahnübergang, das ist jetzt in Schaftlach genau der Fall gewesen, dann an der einen Bahnhofsausfahrt nachzubauen und auch die Straßenbögen so ein bisschen mit aufzunehmen. Dann ging es eigentlich weiter mit den ersten Gebäuden, beziehungsweise die eigentlich wichtigen Gebäude, also Bahnhofsgebäude, die sollten maßstäblich natürlich reinpassen. Da habe ich auch gerade bei Bahnhofschaftlach gemerkt, okay, wir haben den Bahnhof schon ganz schön gestaucht und das wurde ziemlich kritisch, den da noch unterzukriegen in den originalen Maßen. Es hat dann aber Gott sei Dank noch ganz gut gepasst. So und sind dann quasi Straßen und Gebäude gesetzt, geht es darum, halt diesen Stil von Rolf Knepper, den wir ja irgendwie versuchen ein bisschen, oder den ich mir wünsche nachleifern zu können, aufzugreifen. Also das heißt, wir haben die Bäume, was ganz signifikant bei ihm eigentlich immer ist, sind diese ganzen Flächen, was so Gefälle und all sowas angeht, weil wir diesen gestrichelten Linien, das haben wir versucht ein bisschen jetzt aufzugreifen, genau, Baumgruppen und auch das Wasser. Also der See ist natürlich ein sehr prägnantes Teil, also ich meine, immerhin ist es die Tegernseebahn, das ist natürlich schon wichtig, dass er da mit drauf ist auf der Anlage, den so ein bisschen nachzubilden. Und am Ende haben wir dann eigentlich einen Schwarz-Weiß-Plan, der ich glaube, ganz, ganz gut funktioniert. Und jetzt bekommt ihr langsam auch mal so ein Gefühl dafür, okay, welche Idee hatte ich eigentlich, gerade auch bei der Gleisplanerstellung, wie die Anlage später eigentlich dann auch aussehen soll. Ja, und dann ging es an das Thema Kolorierung. Auch viele Gedanken, die ich mir darüber gemacht hatte. Letzten Endes juckte es dann aber doch an den Fingern, ein bisschen händisch was zu machen, ein bisschen künstlerisch aktiv zu werden und wenigstens da mal den Rechner zu verlassen. Rolf Klipper hat damals immer viel mit Buntstiften gearbeitet. Habe ich auch überlegt, ich habe aber gedacht, gut, ein bisschen Eigeninterpretierung darf da schon mit bei sein. Und habe auf, naja, so eine Art Filzstifte, also Copics zurückgegriffen. Stifte, die ich in meinem Studium ganz, ganz oft sehr gerne verwendet habe. Und genau, mit denen haben wir jetzt quasi angefangen, das alles auszukolorieren. Wichtig bei so einem atmosphärischen Gleisplan ist, dass man immer auch bedenkt, so einen Schatten einzufügen. Also man hat irgendwo quasi die Sonne, die dann von irgendeiner Ecke kommen wird. Bei mir war es jetzt halt quasi von oben links, die einmal so diagonal rüber gehen soll. Und dann, da muss man halt mal versuchen, auch die Schatten in den Dächern zum Beispiel mit, ja, zu bedenken. Ich habe es jetzt hier ein bisschen einfacher gehalten. Normalerweise fallen die Schatten immer noch mal ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie das Dach natürlich geordnet ist. Das ist eigentlich äquivalent zu einem Lageplan im Architekturbereich. Und somit hat ein Dach dann zwei unterschiedliche Farben. Und natürlich hat das Haus dann selber auch noch mal einen Schlagschatten, den er wirft. Bei den Copics, also den Stiften, die ich benutzt habe, ist es ganz schön. Die durchtränken wirklich das Blatt komplett. Und man hat dann aber auch so einzelne verschiedene Verläufe, die das ergeben, also die Farben ergeben. Und dadurch hat man nicht so ein Komplett, wie man das jetzt zum Beispiel am Rechner haben würde, so eine einheitliche Farbe in einem ganzen Bereich. Sondern je nachdem, wie viel Farbe man halt aufträgt, immer mal irgendwie so einen Verlauf, mal einen etwas dunkleren Fleck, mal einen etwas helleren. Und dadurch kommt dann auch so ein bisschen Patina und Haptik mit rein. Das ist also die Tegelenseebahn in 1,260. Unsere Interpretation auf 3,20 m x 2,90 m. Wir hoffen, ihr hattet in diesem Abonnenten-Special, was es ja dann letzten Endes immer noch ist, vielleicht vergisst man das manchmal, ich habe es nämlich auch öfter vergessen, in diesen vier Folgen viel Spaß. Für uns war das sehr spannend, mal ein bisschen was anderes zu machen. Ich meine, wir hatten gerade mit den Vor-Ort-Begehungen und der ganzen Recherche da hinten dran, auch in der ersten Folge mit der Recherche zu den ganzen einzelnen Möglichkeiten, die wir hatten. sehr viel Spaß und ja, wir hoffen, das ist rübergekommen. In dem Fall, Schneefall, wie immer das letzte Wort hat, wie immer, der wunderbare Daniel, der leider nicht hier ist, also sage ich für ihn heute mal, tüdelü. 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 Untertitelung des ZDF, 2020